Aber jetzt muss ich mich erstmal um eine Lehmgrube kümmern. Lehmminen. Sehen wir auch die Anzahl an Lehm. 5896. Das sieht sehr gut aus. Da möchte ich eine Lehmmine hinhaben. Eine Lehmgrube. Natürlich, am Wasser ist es natürlich umso stärker, besser. Da muss noch einiges für gemacht werden. Das heißt, der Baumeister kümmert sich erstmal um die Anhebung. Damit die Lehmgrube nicht gleich voller Wasser läuft, dann haben wir nämlich ein Problem. Dann brauchen wir 340 Holz dafür. Wow. Erste Kohle kommt wieder rein. Schmied braucht noch jemanden, der dort arbeitet. Äh, der Schmied. Der Schneider. Die ersten Kartoffeln sind schon wieder fertig. Obst kommt noch nicht. Das ist klar. Irgendwann brauchen wir auch Brunnen in der Nähe. Der eine hier ist zwar ganz schön, aber der ist immer sehr weit weg. Oh, sehr schön. Die Lehmmine wird langsam fertig gebaut. Und wir brauchen mehr Holz. Wir brauchen einfach mehr Holz. Nehmen wir mal die ganzen Bäume weg, die sich hier vorne aufgetan haben. So ist gut. Weg damit. Ohne Holz stehen wir nachher blöd da. Wir haben wieder Obst durch den Sammler. Aber hier gibt es noch keine Äpfel. Auch wenn die Bäume so langsam tragen könnten. Aber wer weiß, vielleicht tragen die auch erst im Herbst. Kartoffeln können bald abgeerntet werden. Oh, und das Flachs ist fertig. Gras können wir auch schon anfangen zu ernten. Da muss ich mich im nächsten Jahr nicht mehr darum kümmern. Dann machen die das von ganz alleine und werden dann später anfangen, das Ganze abzuernten, weil genug Leute für die jeweiligen Felder doch parat stehen. Das auch bitte schon mal abernten. So, jetzt haben wir drei Fischer. Das müsste eigentlich reichen, um den ganzen Fisch zu holen, den wir brauchen. Eventuell stellen wir hier nochmal einen Fischer hin. Schön wäre aber auch hier, dass wir denn das andere hier auch mal voll kriegen mit Fisch. Irgendjemand hat hier schon Obst reingebracht und Gemüse. Ach so, ah ja, von der Kartoffelfarm gleich. Ne, ist okay. So, ihr dürft auch gerne wieder was anpflanzen. Ich brauche noch sehr viel Holz hierfür. Jetzt muss ich nämlich die ganzen Bäume hier wieder wegreißen und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Hauptsache, ein doofer Baum steht hier noch. Verdammt. Wir sind jetzt bei zwei Drittel. Komm schon, viel fehlt doch nicht mehr. Und unsere Siedlung wird immer größer. Also ich kann mich nicht beschweren. Wir haben im Moment auch sehr, sehr viele Werkzeuge. Dafür verbrauchen wir natürlich hauptsächlich im Moment die Kohle und auch das Holz. Wollt ihr nicht oder könnt ihr nicht arbeiten? Ihr könnt nicht, ne? Ihr habt im Moment sehr, sehr viel zu tun. Ah, wir haben 225 Flax. Das reicht erstmal für eine Weile, um eine Kleidung herstellen zu können. Und dann können wir doch eigentlich schon mal einen als Taylor einstellen. Aber die Frage ist, wen? Der mit dem Brennholz ist viel zu wichtig. Ich glaube, ich nehme erstmal den mit dem Gusseisen raus und mache den als Taylor. Schneider da. So, und dann haben wir jetzt einen Schneider, der aus Flax und Leder Kleidung herstellt. Sehr nice. Und ich hoffe, dass unsere Leute dann natürlich wunderbar eingekleidet sind für den Winter. Damit sie mir auch ja nicht verfrüben. Erfrieren, genau. Erfrieren. Das wäre schlecht. Das wäre sehr schlecht. Wir haben genügend Gras. Gras brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen noch Holz. Und zwar noch sechs Stück. Sechs Hölzer für die olle Lehmine. Komm schon. Noch sechs Holz. Das wird doch wohl klappen. Sie wollen nicht. Sie wollen das Holz nicht hinbringen. Was habe ich euch getan? Hasst ihr mich so sehr? Ich brauche doch Lehm, Leute. Sonst können wir doch nicht weiterbauen. Denn dann haben wir Lehm. Dann haben wir uns um Werkzeuge gekümmert. Wir haben Gras. Wir haben Holz. Fehlen im Prinzip nur noch Stein und Erze. Ah, jetzt. Jetzt wird es fertig gebaut. Na, endlich. Einen weiteren Baumeister bestimmen, damit er schneller geht. So, Gusseisen stellen wir jetzt erst einmal nicht mehr her. Wir sind noch dabei, Kohle herzustellen für den Winter. Denn wir brauchen noch weitaus mehr. Natürlich möchte ich auch hier am liebsten 50% aller Achievements erreichen, aber das ist sehr, sehr schwer, weil das Spiel sehr umfangreich ist und ihr merkt selber, wie lange es dauern kann, trotzdem wir auf Geschwindigkeitsstufe mal 10 gestellt haben, hier irgendwas zu erreichen. Wenn ich das richtig sehe, wird Gras sogar nochmal angepflanzt. Da haben wir schon längst alles abgeerntet. Wir haben jetzt 82 Werkzeuge. Das wird für eine Weile reichen. Am Anfang haben wir mit 30 gestartet. Das sieht gut aus. Die Kartoffeln hier gehen zurück. Dafür gehen sie da hoch. Oh, und die ersten Äpfel sind da. Wollen wir die mal schon abernten. Dann haben wir nämlich gleich Obst für den Winter. Die Lemine sieht schon ganz gut aus. Die Lemgrube. Allzu lange dauert es nicht mehr. Noch vier. Zunächst mal alle essen gehen und nach Hause und einmal gucken, ob alles okay ist. Kann ich verstehen. Ist völlig okay. Und ich baue schon mal weitere Häuser. Ist da irgendwas? Ja, irgendwas ist da rot. Warum kann ich das hier nicht bauen? Ach, da ist etwas rot. Das muss ein Abhang oder sowas sein. Unangenehm. Kommt es eben da hin. Ist auch nicht schlimm. Okay, die Lehmgrube ist fertig. Dann wollen wir da auch gleich Leute reinschmeißen. Die Frage ist, wen? Ich brauche alle Leute im Moment. Eigentlich brauche ich mehr Leute. Es ist also gut, dass wir noch das ein oder andere Haus bauen. Das machen wir jetzt auch erst, bevor wir uns allem anderen widmen. Wir brauchen 60 Holz. Wir brauchen kein Lehm dafür. Aber Lehm wird für später wichtig sein. Deswegen sammeln wir schon mal raus. Und 5000 Lehm ist ja nicht allzu viel. Erste Obst haben wir. Und bald werden wir schöne große Apfelbäume haben. Die gedeihen hervorragend. Hier wird schon wieder Neuflax angepflanzt. Und wir haben die ersten vier Kleidungsstücke. Sehr gut. Eigentlich müsste doch damit die Wärme so ein bisschen hochgehen bei den einzelnen Leuten, oder? Ja, Wärme sieht gut aus. Das Werkzeug ist ja, noch okay. Und die Zufriedenheit ist sehr groß. Das heißt auch die Lebensqualität. Trotzdem wir natürlich nicht allzu viel zu bieten haben, aber immerhin mehr als manche andere. So, das könnt ihr noch abpflanzen, abernten, bevor dann nachher der Winter einbricht. Abernten, abernten, so schnell wie möglich, alles noch mal mitnehmen. So ein bisschen Obst noch einlagern für den Winter. Auch wenn wir noch 8000 Kartoffeln haben, aber das reicht wahrscheinlich nicht. Wir haben jetzt 100 Kohle. Damit kann man doch ein bisschen Gusseisen anfertigen. Neue Häuser sind gebaut. Dementsprechend bekommen wir wieder neue Leute. Wir haben noch 5 Jugendliche, die werden alle bald erwachsen. Wir bauen noch ein weiteres kleines Haus. Mich würde interessieren, wie viele Leute oder wie alt die Leute werden könnten. Das wäre noch wichtig zu wissen. Spätherbst, das wird langsam doch relativ snowy. Wir haben noch genügend Flax, wir haben noch genügend Gras. Der Taylor, der Schneider, macht die Kleidung. Wenn auch nur normale Kleidung, aber das reicht ja schon mal, um die Leute so ein bisschen warm zu halten. Dann sammeln wir jetzt Steine. So, alles weg sammeln, was dort vorne steht. Ihr habt ja jetzt die Zeit, ihr könnt die Ärzte gleich mitnehmen. Meinetwegen auch das Gras und die Bäume. Das werden eure Winteraufträge sein. Dann haben wir wieder jede Menge Ressourcen. Denn ansonsten laufen die Farbe nur zum Feld und dann war es das, dann machen die nichts den ganzen Tag. Das wäre schlecht. 6.300 Kartoffeln können wir abernten von diesem Feld. 7.000 haben wir jetzt eingelagert. Gleich wird er mir wieder sagen, dass die Nahrungsmittelreserven niedrig sind, was natürlich gar nicht an dem ist. Und wir haben ein neues Haus mit einem Baby. Sehr schön. Da wird wieder ein Baby erwartet. Erwartet auch ein Baby. Die erwarten auch ein Baby. Wir bekommen also ganz viel Nachwuchs. Sehr gut. Können alle für mich arbeiten. Dann schmeißen wir die ersten Leute mal in die Lehmgrube, damit wir wieder Lehm nachbekommen. So, der mit dem Gusseisen kann wieder aufhören. Der kann mit in die Lehmgrube gehen. Juhu, wir kriegen Lehm. Es wurde aber auch Zeit. Es wurde sowas von Zeit. 24 Mal haben wir normale Kleidung. Das ist okay. Ich würde jetzt gerne die bessere Kleidung haben wollen. Dafür brauchen wir aber Schafe. Und um Schafe zu bekommen, was machen wir da? Müssen wir eigentlich einen Schäfer einstellen, ne? Häuser, Lagerung, Lebensmittelherstellung, Sammeln von Ressourcen, Gemeinde, Bauten. Oder man muss Wolle importieren. Das kann natürlich auch gut sein. Was ist das? Karawanenstall. Nee, danke. Ein Bienenhaus, Hühnerstall, Windmühle, Bäckerei. Fischerhütte, Sammlerhütte, Jagdhütte, Garten, Feld, Bienenhaus. Halte Hühner, um Fleisch und Eier zu sammeln. Futter, Wasser, Hafer. Jäger sind erforderlich zum Schutz vor wilden Tieren. Anzahl der Arbeiter einer. Ach, für ein Hühnerhaus. Okay. Aber ich soll erst Hafer anpflanzen. Das heißt, noch ein Feld. Oje, für Hafer. Hafer haben wir aber, glaube ich, noch. Ja, 300. Nach unten wird angezeigt, was wir haben. Okay. So. Dann haben wir jetzt genügend Holz. Wir haben, genügend Stein und wir kriegen auch langsam Lehm heran, sodass wir jetzt wirklich alle Baumaterialien ausreichend vorhanden haben. Gut, dann bauen wir jetzt die Haferfarm, um anschließend den Hühnerstall bauen zu können. Ah, okay. Das ist natürlich doof. Und ich muss einen Jäger in der Nähe haben. Das heißt, die Hühner kommen dann hier mit hin. Jo, meine Lieben, viel zu tun, viel zu tun. Macht mal hin. Solange der Winter noch ist, könnt ihr das in Ruhe machen. Kind während der Geburt gestorben, das ist nicht schlimm. Passiert. Da wird jetzt alles soweit fertig gebaut. Dann können sich die Baumeister anschließend an den Hühnerstall wagen, der nichts anderes ist als eine Farm, als ein Gatter, was wir vorher hatten. Wer weiß, vielleicht können wir da auch was anderes einsperren als Hühner. Warum die unbedingt Hafer brauchen? Hier essen alle Körner. Hier essen auch Gerste, Weizen.